Vorne auch, das ist halt zweiter Halbzeit eigentlich nicht ein bisschen besser, da müssen wir auf jeden Fall ein Spiel drauf gehen. Können Sie sagen, was waren so die zwei Änderungen, die ihr selber als Spieler so auf dem Platz am Hoekwisten gespielt habt? Ihr wart vorne sehr variabel, wenn 6 oder 2 Erke so war, sieht man nicht aus. Ich habe gerade schon gesagt, ich denke, die Leidenschaft, einfach regressiver zu sein in den Zweikämpfen.